... 10, Elias Malcher vom SC Ruppholding, der nächste Springer, den wir hier sehen. Und erneut für den SC Ruppholding... ... 81, als nächster Elias Malcher, SC Ruppholding. Elias Malcher vom SC Ruppholding, der nächste Springer... ... 2, 2, 3, 4... Und erneut für den SC Ruppholding, Elias Malcher. Rik Grebalt. Nummer 81, als nächster Elia Smalcher, SC Ruppolding. V-Oberautor. Hop, 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 hop! Hopp, hopp! Hopp, hopp, hopp! Hopp, 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 hopp! Hopp, 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 hopp! Komm, Elias, Skilaffen! Überholse. Vorsprung startet vor Hähnchen der Alterskraft 10 und ihre 1,5 km und Startnummer 23, Adolf Wegmann, SC Oberstorff, Platz 2, Platz 3 für Elias Meicher, SC Upholding und Rang 4, Konstantin Müller.